Manche Mail-Programme, wie zum Beispiel HCL Notes oder Thunderbird oder auch alte Mail-Programme von Microsoft, erzeugen beim Speichern von E-Mails im Dateisystem sogenannte EML-Dateien, und auch Outlook erzeugt inzwischen in einem gewissen Zusammenhang EML-Dateien. Hier siehst du, wie du mit diesen EML-Dateien umgehen kannst. Hallo und herzlich willkommen zu den Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung digitaler Technik. Mein Name ist Arno Burger. Ich habe vor kurzem schon mal ein Video gemacht darüber, wie ich in ChatGPT zu EML-Dateien recherchiere, wobei da der Schwerpunkt mehr auf der Recherche in ChatGPT war. Heute geht es um EML-Dateien, deshalb zum Anfang kurz noch eine Zusammenfassung von dem, was ich dort schon gezeigt habe. Wenn du in Outlook bist, in der Desktop-App, dann kannst du eine E-Mail, die du hier bekommst, nicht als EML-Datei abspeichern. Alles, was man dazu im Internet zum Speichern von EML-Dateien findet, ist falsch. Es gibt kein Dateispeichern unter, und dann hier die Auswahl EML-Datei, die ist hier nicht drin, und auch ein anderer Weg, den man vielleicht im Internet findet, geht nicht. Die Desktop-App von Outlook kann keine EML-Dateien erzeugen. Wer die EML-Dateien erzeugen kann, ist zum Beispiel HCL-Nodes. Wenn du dort eine Mail öffnest und dann mit Dateispeichern unter den Dateityp HCL-Nodes-Mail-Nachricht wählst, dann erzeugst du damit eine EML-Datei. Outlook selber kann EML-Dateien erzeugen, wenn du zum Beispiel in der Web-App bist und du hast hier eine E-Mail. Diese E-Mail lädst du jetzt herunter, dann wird eine EML-Datei erzeugt. Diese E-Mail wird jetzt heruntergeladen, und wenn ich mir das mal anschaue in den Downloads, dann sehe ich, das hier ist jetzt eine EML-Datei. Ich habe das vorhin schon mal gemacht, deshalb sieht man die hier doppelt. Die eine lösche ich mal gleich wieder. Die Web-App erzeugt EML-Dateien beim Herunterladen. Die hole ich mir jetzt schon mal, weil ich die nachher noch brauche, hier rüber. Außerdem werden EML-Dateien erzeugt, wenn du in der Desktop-App von Outlook bist und eine E-Mail mit in Teams teilen – ich nehme mal diese hier – in Teams teilen an ein bestimmtes Team und dort einen bestimmten Kanal weitergibst. Wenn du die jetzt teilst, kann man auch zu Teams wechseln und kann sich das dort mal anschauen. Dann wird die E-Mail in die Beiträge des entsprechenden Teams gepostet. Man sieht das jetzt hier. Hier ist die drin. Die habe ich gerade gepostet. Das hier ist jetzt eine EML-Datei. Man kann das auch in den Dateien sehen. Dort werden diese Dateien abgespeichert. Du siehst hier vor wenigen Sekunden, das ist jetzt eine EML-Datei. Das ist die Datei, die hier eingebunden ist. Wie kann man nun mit diesen EML-Dateien umgehen? Wenn eine EML-Datei im Dateisystem liegt – ich habe mal hier einen Ordner gemacht, da habe ich schon welche abgespeichert, und zwar einmal eine EML-Datei, die aus HCL-Nodes kommt, und einmal eine, die mit Outlook im Web gespeichert ist – wenn du so eine EML-Datei im Dateisystem hast, dann kannst du sie dort einfach mit einem Doppelklick öffnen. Das dauert ein bisschen, weil die an Outlook angepasst werden muss bei diesem Öffnen. Wenn sie dann geöffnet ist, dann hast du die volle Mail-Funktionalität zur Verfügung. Jedes Mal, wenn du sie schließt und wieder öffnest, braucht es wieder diese Zeit. Wenn du sie jetzt in Outlook und Exchange, also in die Struktur von Outlook integrieren willst, dann musst du über Datei in Ordner verschieben diese Datei in den entsprechenden Ordner abspeichern. Damit wird sie in Outlook integriert. Ich mache die hier mal zu. Du siehst, das dauert wieder ein bisschen. Wenn ich hier hinklicke, da ist jetzt keine Rückmeldung. Das heißt, dieser Konvertierungsprozess braucht etwas, aber der muss jetzt nur einmal gemacht werden und nachher nicht jedes Mal wieder, wenn ich die Mail öffne. Wenn ich jetzt in Outlook in diesen Ordner gehe, in dem ich die habe, dann siehst du, das ist hier eine normale E-Mail. Du siehst die auch in der Vorschau. Wenn du die hier mit einem Doppelklick aufmachst, geht sie jetzt ganz schnell auf. Leider ist es so, dass dieser Weg für den Endanwender immer so komplett durchgelaufen werden muss. Man kann also die Mail nicht aus dem Dateisystem einfach nach Outlook hereinziehen. Das möchte ich euch mal zeigen. Ich ordne das mal hier nebeneinander an, sodass ich hier den Explorer habe und hier Outlook. Wenn ich jetzt dieselbe E-Mail nehme und sie einfach per Drag-and-Drop hier reinziehe, dann dauert das auch eine Zeit lang, bis die integriert wird. Aber sie wird jetzt als Datei im EML-Format in diesem Ordner abgelegt. Sie ist nicht konvertiert in die eigene Outlook-Struktur, sondern es bleibt weiterhin eine normale Datei, die dann beim Öffnen sich eben auch wie eine Datei verhält und nicht wie ein Outlook-Element. Das sehen wir auch gleich, denn diese neue Datei, die wir hier hinzufügen, wird nicht so schön integriert sein, wie wir das hier sehen. Das ist die erste, die wir integriert haben. Das hier ist die zweite. Man ist kein Outlook-Element. Wenn wir da draufklicken, sehen wir auch keine Vorschau. Die gibt es hier nicht, sondern die haben wir nur, wenn wir nach dem Öffnen der EML-Datei über Datei und dann verschieben in Ordner diese Datei hier als Element integrieren. Ihr seht auch noch, dass die Größe einen Unterschied macht. Die vollintegrierte hat nur 6 MB und die per Drag-and-Drop reingezogene hat 9 MB. Deshalb ist meine Empfehlung, integriert EML-Dateien nicht, indem ihr sie einfach per Drag-and-Drop reinzieht. Für einzelne kann man das tatsächlich machen, aufmachen und dann Datei verschieben in Ordner. Aber wenn ihr das massenweise braucht, dann braucht ihr Unterstützung eurer IT-Abteilung. Die muss dafür ein Skript integrieren, damit man sowas dann automatisiert übernehmen kann. Wie sieht das nun in Teams aus? Wenn ich mal zu Teams wechsle, dann sehe ich, ich habe hier die E-Mail integriert. Wir haben auch schon gesehen im Menü-Datei, dass es sich hier um eine EML-Datei handelt, die hier integriert ist. Wenn ich jetzt in den Beiträgen bin und ich klicke auf diese Mail, dann geht die Mail tatsächlich in Teams auf. Ihr seht, das ist auch diese merkwürdige Nummer. Sie geht in Teams auf. Ich kann sie hier auch lesen, aber sie hat nicht die volle Mail-Funktionalität. Dasselbe habt ihr. Wir gehen mal zu dieser Datei und wechseln mal zu SharePoint, denn ihr wisst ja, die Dateien, die in Teams liegen, liegen in SharePoint und werden in Teams nur angezeigt. Hier ist die auch. Wenn ich die jetzt hier öffne, dann kann auch SharePoint die öffnen, aber eben nur zum Lesen. Wenn ihr in SharePoint oder in Teams diese Datei jetzt herunterladet, dann seht ihr, die wird hier auch wieder als EML-Datei heruntergeladen. Die könnt ihr jetzt mit einem Doppelklick in der Outlook-Desktop-App aufmachen und dort mit voller Mail-Funktionalität damit arbeiten. Ihr seht schon, das ist noch keine wirklich runde Sache. Man muss sich gut überlegen, wie man in Zukunft hier mit EML-Dateien umgehen möchte, aber ihr habt jetzt schon mal die Grundlagen kennengelernt, wie ihr sie erzeugen könnt mit Outlook oder auch mit einem anderen Programm wie HCL Nodes und wie die Integration sinnvoll funktioniert, damit man sie wirklich vollwertig in Outlook auch verwenden kann. Zuletzt noch ein Fazit. Outlook und EML-Dateien. Die Desktop-App von Outlook kann EML-Dateien nur über den Umweg über Teams erzeugen, nicht über Dateispeichern unter, auch wenn man das öfter liest. Dafür kann sie EML-Dateien mit der vollen Mail-Funktionalität öffnen. Die Outlook-Web-Anwendung hingegen kann E-Mails als EML-Dateien speichern. Genau genommen ist beim Herunterladen einer E-Mail immer eine EML-Datei das, was im Dateisystem erzeugt wird. Sie kann aber EML-Dateien nicht öffnen. Teams und SharePoint können EML-Dateien lesen, aber ohne Funktionalität. Wenn man dort die Datei herunterlädt, dann ist es wieder eine EML-Datei. Die saubere Integration von EML-Dateien in die Struktur von Outlook Exchange geht nur über Öffnen der Datei und dann die Datei in einen Ordner verschieben. Es geht nicht per Drag-and-Drop, denn dann bekommt ihr riesige Mail-Dateien, die bei jedem Öffnen wieder erst konvertiert werden müssen. Das dauert einfach zu lang. Ich hoffe, das hilft euch weiter, um mit euren EML-Dateien umzugehen. Viel Erfolg beim Anwenden und Ausprobieren! Bis zum nächsten Video! Ciao, euer Arno!